hallo ihr lieben schönen guten abend benny freilinger hier vom lagerverkauf freilinger in gießen donnerstagabend angebotstag wir haben sehr schöne ware für euch an land gezogen heute alles hier im chaos bei mir stelle ich euch mal vor wir haben erstmal vorneweg wir haben gedränke noch mal bekommen eine ganz ganz große menge und zum glück ist das mhd jetzt erreicht und wir können euch einen richtigen preis anbieten ja das ist nicht schlimm ihr könnt die sachen aufheben alles kein thema wir haben lipton ist 6 x 1,25 liter 40 und zidrone gibt's glaube ich auch machen wir hier sechs flaschen 1 euro plus fund wir haben pepsi original sechs mal das sind 1,5 liter wenn ich mich nicht irre jawohl 6 x 1 5 1 euro plus fund hier knallerpreis fanta lemon ohne zucker 6 x 0,33 50 cent plus fund auch wahnsinnspreis weiter geht's hier kalgonit finish das sind die 100er mit zidrone oder die klassischen einfach 7,99 weg damit erwig ist gekommen ohne ende ja hier 123 egal wie viele könnt ihr gucken wir haben 10 12 sorten da die besten sorten von erwig 2 euro 50 bei uns oder wenn ihr möchtet ihr könnt euch hier so eine kiste nehmen und stellt ihr euch zusammen hier egal welche farbe die ganze wand ist voll sechs stück machen wir 12 euro dann nur zwei euro pro stück es gibt reichlich schlagt ordentlich zu kein problem wie viel die karatze ist reingekommen der ganz große xxl koste normal paar und 20 euro diese woche 12 euro aber nur die mit dem datum 31 mai wir haben sie auch länger dann kosten sie normal hier was ist das denn hier machen wir mal auf was ist da drin jawohl cadbury fingers fingers nippli nippli da sind drin 16 x 40 gramm kostet 5 euro die kiste und hier das finde ich noch besser von cadbury das sind hier nussriegel die sind sehr lecker da haben wir drin 15 x 40 gramm so ein riegel der kostet normal 1,99 oder sowas kein problem 15 stück 5 euro auch sehr gut was haben wir denn noch für euch hier wir machen heute alles durcheinander sega fredo kaffeepads für senseo maschine normalerweise 2,49 wir haben für euch 1,79 oder drei stück für 5 euro der preis hat sich gewaschen hier ist lind lindor pistazie das sind die 125 gramm koste normal 3,79 wir machen die woche 1,79 kraft macaroni und cheese wieder reingekommen langes haltbarkeitsdatum 2,22 euro es geht weiter das ist auch ein wahnsinn hier multi power protein creme 200 milliliter kostet 4,99 ja protein creme für die kraft sportler oder wie auch immer 1 euro 11 hammer preis finde ich gut finde ich gut hier kinderschokolade hier war doch noch was in meinem chaos zu finden hier genau jogurette und kinderschokolade 4 x 100 gramm sparpreis 2,99 jeweils was ist das denn hier trolli 1000 gramm knühwürmchen die anderen würmer saure stäbe spiegeleier das machen wir schon mal weg gummibärchen wir haben glaube ich 16 verschiedene sorten da 1000 gramm machen wir die woche 3,50 euro die beste schokolade aus schweden habe ich mir sagen lassen ja ist auch ganz bekannt 250 gramm 220 gramm die große von marabu die kostet 3,29 normalerweise wir machen dafür was haben wir da vorne dran stehen 1,49 wir machen 1,29 die woche seeberger edelnussmix 350 gramm dieser preis gilt nur hier im laden 2,99 statt 8,99 online sind sie drin da müssen wir allerdings die 3,99 nehmen und hier im laden wer weit fährt hat hier diesen vorteilspreis 2,99 dann haben wir die schönen seeberger bio studentenfutter 125 gramm so was kostet 3,49 normalerweise sind online drin für 1,49 und hier im laden auch vorteilspreis 1,29 und nicht jetzt jammern im laden ist alles billiger wie im onlineshop das ist nicht wahr wir machen das so die leute die weit weg wohnen die haben einen vorteil die bestellen sich das das kommt nach hause sie haben keine sprit kosten und so weiter da haben wir auch mal jetzt heute gerade wieder ein paar angebote drin ab 10 cent gibt es artikel das haben wir hier halt im laden nicht wir machen das immer mal so und mal so so hat jeder seinen vorteil katjes 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 die ganzen tüten die sind alle vegan ist ja mittlerweile sehr wichtig dass die sachen vegan sind habe ich gehört 200 gramm tüten 175 gramm und so weiter diese woche 48 cent weiter 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 wahnsinn was hier wieder gekommen ist lindschokolade draubenuss lindschokolade haselnuss vollmilch und hier die zucker reduzierte schokolade wahnsinn vollmilch jede tafel 88 cent hier frischer eiskaffee cappuccino bärenmarke das zeug kostet 1 49 soweit ich weiß haben wir für euch ein euro das stück und weil wir noch mal so viel bekommen haben die ganze kiste sechs stück sind drin drei euro und weg damit weiter geht's m&ms bisquit ein toller artikel 2 89 sollen die kosten hier sind noch haltbar alles gut zehn stück sind drin machen wir 1 euro 59 das ist auch 1 euro 30 billiger m&ms 150 gramm peanuts kosten normal 1 49 wir machen die woche 88 cent weiter geht's haraiko holsteiner bauern mit wurst holsteiner lotsen wurst dann hier geflügelsalami die sind auch ganz ohne schwein ja geflügelsalami putensalami hähnchensalami ist dabei kostet immer 60 cent und wer lust hat hier nehmt euch vier päckchen mit vier stück 1 2 3 4 4 2 euro ja sehr gut dann das ist ein wahnsinnspreis marschmallows rocky mountain classic hier mit fruchtgeschmack und die die ganz dicken dinger hier die kosten normalerweise 2 99 bis 3 29 online bei uns wahnsinnspreis 1 euro und jetzt wahnsinnspreis ladenkunden aufgepasst jede tüte 50 cent dann haben wir hier metzgerei müller aus der region in lich es gibt die super rindswurst hier käse chili cheese krakauer krakauer und das ist hier was ist das denn hier licher bratwurst speck und käse wir haben glaube ich noch andere sorten 210 gramm sowas kostet mindestens 1 euro 99 im laden mindestens zehn euro das kilo kann man rechnen wir haben sie für euch das stück 1 euro oder 1 2 3 pakete hier 2 euro könnte einfrieren kalt essen warm essen sind wirklich hervorragend glaubt mir bitte dann habe ich hier diese tüte ist wieder da ihr wisst schon was das ist mittlerweile wir machen sie mal auf wir machen die einfach auf die tüte 1 2 3 4 5 6 7 8 hervorragende käse aus frankreich ja das sind wirklich ganz tolle dinge dabei ich habe diesmal nicht ausgerechnet wie viele sind das sind ich muss es machen 350 450 650 950 950 1000 1200 1400 1600 das ding hat 300 1900 fast zwei kilo bester käse aus frankreich sowas kostet normalerweise im handel circa 25 euro hier diese tüte kriegt ihr bei uns zum hammerpreis für 11 euro wir haben sie auch einzeln im verkauf hier schaut euch das an das ist hervorragender käse ja aber die ganze tüte 11 euro ist noch haltbar alles wunderbar könnt ihr auch zum teil einfrieren und noch aufheben das waren die angebote für den laden ehrweg habe ich gesagt hier 250 6 stück 12 euro ihr könnt alles mischen und ein moment ich habe noch was gefunden das hier haben wir unsere hausmacher dosenwurst aus der hause werz in neun verschiedenen sorten unter anderem zwiebelmettwurst felser leberwurst es gibt bratwurst es gibt bierwurst das ich weiß nicht was es noch gibt schinkenwurst 400 gramm dosen vorratshaltung ist angesagt habe ich gehört die woche im fernsehen hat irgendjemand gesagt kann man machen sind auch sehr teuer geworden die dosen überhaupt ist ja ganz schwer überhaupt noch an metall zu kommen deswegen die dose 2 euro 79 ist wie gesagt spitzenqualität lohnt sich das war's schaut auch in unseren online shop rein lebensmittel-sonderposten.de wir haben heute ganz viel neu eingestellt für 10 cent 30 cent 50 cent 75 cent gleich vorne auf der startseite zu sehen wahnsinns schnäppchen und heute abend alle die eintracht schauen daumen drücken dann wird es auch was mit dem finale wir hoffen alle ok kommt uns besuchen marburger straße 127 in gießen wir sind da montag bis samstag von 9 bis 19 uhr ich freue mich auf euch bleibt gesund und wir sehen uns macht's gut euer benny tschüss